Hallo, habt ihr das gerade gehört? Da, schon wieder! Hier im Tamusi-Land gibt es nämlich Dinosaurier. Die singen und tanzen sogar. Oh, da kommen sie ja schon. Kommt, wir machen mit! Um-Tack, um-Tack, wir singen die Dinosaurier. Um-Tack, um-Tack, und das macht uns froh. Wenn Dinosaurier hungrig sind, dann knurrt ganz laut ihr Magen. Denn einen leeren Magen kann ein Dino nicht ertragen. Das Aufstehen fällt so gar nicht leicht, dann holen sie ganz tief Luft. Es riecht nach grünem Blätterzeug, das ist ihr Lieblingsduft. Dino, Dino, sie wecken ihren Kopf ganz hoch. Dino, Dino, und der bewegt sich hin und her. Dino, Dino, jetzt stampfen sie mit festem Schritt. Dino, Dino, und das fällt ihnen gar nicht schwer. Bei DS vor und auch zurück, sie drehen sich im Kreise. Dann schleichen sie nur auf der Stelle. Das machen sie ganz leise, leise. Dino, 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 Dino Sie drehen sich im Kreis und tanzen sie im Dino-Schritt, wird allen richtig heiß. Dino, Dino, sie wecken ihren Kopf ganz hoch. Dino, Dino, und der bewegt sich hin und her. Dino, Dino, jetzt stampfen sie mit festem Schritt. Dino, Dino, und das fällt ihnen gar nicht schwer. Wie weit geht es vor und auch zurück, sie drehen sich im Kreise. Dann schleichen sie nur auf der Stell, das machen sie ganz leise, leise, leise. Dino, 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 Dino. Jetzt sind sie weitergezogen. Aber die kommen ganz bestimmt bald wieder vorbei. Hier im Tamusi-Land. Ich sage euch Bescheid. Bis dann. Tschüss.